Der FFH-Mix, das ist Musik, wie wir sie lieben. Hit Radio, FFH Hit Radio, Hit Radio Der FFH-Mix, das ist Musik, wie wir sie lieben. Hit Radio, FFH Hit Radio, FFH Der FFH-Mix, das ist Musik, wie wir sie lieben. Der FFH-Mix. Das ist Musik, wie wir sie lieben. Jetzt neu im FFH-Mix. Two Colors und Rowburn mit Stereo. Hit Radio FFH. Das ist Musik, wie wir sie lieben. FFH. Der FFH-Mix. Das ist Musik, wie wir sie lieben. Hit Radio FFH. Das FFH-Nachrichten-Update. Immer fünf Minuten früher informiert. Das Wichtigste. Jetzt um fünf vor sieben. Drei Minuten vor sieben. Das Wetter heute live von draußen aus Bad Nauheim von Anne Köppen. Guten Morgen. Gute Stimmung hier bei uns und gutes Wetter. Wir kriegen einen wunderschönen sonnigen Freitag. Insgesamt zwischen 24 und 31 Grad heute. FFH-Staupilot Nils Grunwald checkt für euch jetzt die Verkehrslage. Die A45 Dortmund-Gießen zwischen Siegensüd und Willensdorf ist ein defekter LKW auf der rechten Spur in der Baustelle ausgerollt. Das kann jetzt noch für Stau sorgen. Auch hier bitte vorsichtig fahren. Guten Morgen Hessen mit Julia Nestle und Johannes Scherer. Der FFH-Mix. Das ist Musik, wie wir sie lieben. Hits Radio FFH. Hits Radio FFH. Hits Radio. Hits Radio FFH. Das FFH Hessen-Update für Rhein-Main. Das FFH-Wetter. Und der FFH-Verkehrsservice. Das geht ganz schnell, weil aktuell ist nämlich nichts los auf den Straßen. Ich habe keine Meldungen über irgendwelche Verkehrsstörungen und wünsche eine gute und sichere Fahrt. FFH. Der FFH-Mix. Das ist Musik, wie wir sie lieben. Hips Radio. Hips Radio. FFH. Gib mir ein E. Erwarte nichts. Gib mir ein V. Völlig. Vergiss es. Das geht mir zu hoch. Vergiss es. Gib mir ein R. Richtig cool. Geile Sendung. Gib mir noch ein E. Entschuldigen Sie bitte, ich spreche nicht so gut Deutschland. Kiristen Marie aus Paris. Gib mir ein N. Die neue am Nachmittag. Wobei, so neu bin ich ja gar nicht. Echt Efren. Die neue FFH-Nachmittagsshow. Okay, aber wo? Bei was? Bei wem? Ab nächsten Donnerstag, 14 Uhr bei Hitradio FFH. Ah, Beste, was es gibt. Echt Efren. Die neue FFH-Nachmittagsshow. Ja, da sind wir nun. Erstmal guten Tag. Neu, ja, tatsächlich vielleicht, dass ich jetzt ab 14 Uhr ran darf. Der FFH-Mix. Das ist Musik, wie wir sie lieben. Hips Radio. FFH. Der FFH-Mix. Das ist Musik, wie wir sie lieben. Von absolut angesagt Bis zu den FFH-Greatest Hits. Der FFH-Mix. Das ist Musik, wie wir sie lieben.